Liebe Freunde des Laufsports von nah und fern, am 19. März beginnt der 28. Lauf der Sympathie von Falkensee über 10 Kilometer nach Spandau. Start um 11 Uhr an der alten Stadthalle in Falkensee über Segefelder Straße, Hamburger Straße, Falkenseer Chaussee, Moritzstraße in die Altstadt Spandau zum Ziel Rathaus Spandau. In den Lauf von 10 Kilometer ist ein 5 Kilometer Einsteigerlauf integriert. Infos und Anmeldungen über das Internet unter VV Spandau, 28. Lauf der Sympathie. Wir, die Veranstalter TSV Falkensee, VV Spandau und ich, Klaus Scholz, als Gesamtleitender, würden uns sehr freuen, auf der gesamten Strecke, vom Start bis ins Ziel, viele Zuschauer begrüßen zu dürfen, die Läufer und Läuferinnen anfeuern beim 28. Lauf der Sympathie. Man..! Beideon ist es zum Beispiel für den Mögel da, Räufer, oder? Jochen K